Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Spacerun. Schwere, 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 schwere Mission. Habe ich schon gesagt, dass die schwer ist. Weil ständig von hier oben riesige Asteroiden kommen und wir massive Feuerkraft brauchen, um die überhaupt abhalten zu können. Wir werden auf jeden Fall mehr Raketenwerfer aufstellen. Wir waren gleich mal hier und her. Komm schon. Komm ran. Wir werden hier auf den Schraubenwerfer aufstellen. Ich mache die Schrauben. Schrauben. Wettbewerb. 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 Ii, Ii, my captain. Wir haben eine Bauer. Sed, Ring-Dr. B Mai Gibs-Läuder, Avi. Das bringt halt hier auch nichts. Warum ist da hinten ein Schild, wer hat den Schild da hinten eingebaut? What the fuck? Gibt's ja wohl noch. Ich hab doch keinen Schild da hinten gebaut. So, jetzt ist das Problem Abwehr. Wir brauchen hier hinten ein Schutzschild, der sich damit ausgehen wird. Gut gemacht. Kann man den erweitern? Nee. So. Da ist der Kollege. Wir brauchen hier hinten irgendwie... Verteidigung. Okay, damit können wir leben. Was ist das, dass wir Piraten schützen? Das ist ja ganz gut, dass wir unsere Abwehr dahin gebaut haben. Jetzt kommen wieder große Asteroiden bald. Was ist da schon wieder passiert? Was zum fuck ist da schon wieder passiert? Boah, ich kann nicht alles auf einmal im Blick halten, das geht einfach nicht. Ich kann nicht alles gleichzeitig im Blick halten. Das ist nicht möglich einfach. Oh Gott, ich kann nicht alles auf einmal im Blick halten, das ist das, dass wir hier noch vorbauen und hier rüber schießen, aber das ist... Das Problem ist, diese Kanonen sind so groß, dass kein Schild der Welt die schützen kann. Das geht sich aus, wenn man den genau da dran baut, dann geht das, aber dann hat es auf der Seite halt kaum noch Platz für die Energieversorgung. So, mir reicht's, wir machen jetzt noch einen großen Schild her und fertig. I don't care. I don't fucking care. Verringert's das für alles, oder wie ist das? Oh, 50% naja. Kostet aber auch 150, also muss man auch mindestens 300 ausgeben, sonst lohnt sich das gar nicht. So, jetzt haben wir leider nicht das nötige Geld. Okay. Okay. Consider it done. Right away. Ready for action! Schieß doch hier hin! Ah ja, sie hat den Strahlen gemacht. Gas geben. Dann immer mehr mit. Dann haben wir mit. Ruster ready to burn. So. Consider it done. It's my pleasure to serve. Our journey. Consider it done. Losers are hot, sir. I'll be bei uns. We'll be back. Gut. Danke für die Hilfe, Partner. Du hast es geschafft. Wir sind immer noch zu langsam. Ja, ja, mein Kapitän. Komm her, du Penner. Thruster, ready to burn. Genau, geh nur rüber da. Es ist gut, Bein Me. Ready for launch. Your wish is my command. Excellent choice. This baby has tea. Oh, 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 oh. Ich hoffe, das geht's ja aus. Ich hoffe, das geht's ja aus. Das wird enden. Ah, geht's ja aus, passt's. Alles gut. A nice protective choice. Another pilot likes the dust. So, ah ja. Nein, das ist... Jetzt weiß ich, wer das ist. Jetzt weiß ich, welcher fucking Idiot das ist. Na wartet's, na wartet's. Ich vernichte euch. Wir brauchen da Raketenabwehr noch in diese Richtung. Diese fucking Penner waren das. Diese... Arschlöcher von Scheißpiraten. Na wartet's nur. Na wartet's nur. Oh, ich werde euch vernichten. Komplett vernichten. Nichts wird von euch übrig bleiben. Manchmal wär's gut, obwohl das beschleunigen könnte. Manchmal wäre's gut, obwohl das beschleunigen könnte. tot.. Da kommen sie schon mit den Raketen. So. Tempo machen. Rostro ready to burn. Excellent choice. Ready for launch. Consider it done. This will protect us. I'm not going to get it. I'm not going to get it. I'm not going to get it. Ah ja, da kann man nichts hinfahren in die Richtung, oh shit! Was haben wir? Oh, 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 ouch, ouch! Was ne Reparatur! Ist das so fertig? So. Wir wollen mit Raketenabwehr. Ging jetzt deutlich besser. So. Wir brauchen mehr Raketen. So. Oh, die anderen sind jetzt auch... Die sind kreis. Ah, geht's an der Raster? Shit. Und jetzt gibt's noch was. Oh no. Ich könnte keine Laserklingen machen. Deswegen... Alles gut noch, alles gut noch. Wenn du Google Awesome, kriegst du ein Bild von mir. Nichts bringt Freude in meinem Herz, als wenn man einen Piraten schlägt. Noch ein Raketentyp? Den aber mit Raketen kontern werden. Gut, schläge genug sind wir immerhin. Oh, wo schlägt denn der hin? Oh, wo schlägt denn der hin? Das ist aber irgendwie nicht funktioniert gerade. Wenn du Google Awesome, kriegst du ein Bild von mir. Gut, da kommen die Penner wieder. Oh, joh, 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 joh. Nothing brings joy to my heart, like watching a Pirate blow up. Dang! Ah, let's go. Das sollte man vielleicht auch öfters machen. Puh, ich hab's geschafft. Boah, 21.300. Nicht schlecht. Ah ja. Natürlich wieder ein Pirat. Aha. Junge, Junge. Ah ja. Ah ja, natürlich wieder ein Pirat. Ah ja, natürlich wieder ein Pirat. Passive Feuerrate um 30 Prozent. Also, Feuerrate um 30 Prozent erhöhen. Noch weiter. Waffenschaden um 30 Prozent erhöhen. Wow. Braucht halt drei Energie. Junge, das ist ein fettes Ding. Aber könnte sich lohnen. Ja, das ist halt Raketenabwehr und Ionenkanone in einem. Haus Regeln. Wow. Hops. Fresch. Da kann man ja. Ah. Ähm, gut, und wenn wir das als nächstes machen, können wir mal beginnen damit. Das ist natürlich auch ätzend wieder mit diesem blöden Portal. War das so besser? Nee. Ah, ich habe da drei von denen. Aber, Freunde, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich für die Zuschaueranzeige. Bis zum nächsten Mal. Ciao.